Antti Niemine Oh, das war weit. Der Bursche da, noch nicht einmal 18 Jahre. Schau, sie werden sich freut. Das ist ein gewaltiger Flach. Also, 110 Meter, das ganze Rekord auf 112. Der Antti, da sehen wir uns das noch einmal an. Jetzt kommt der Abflug und darauf kommt dann, wer das erwischt hat, 20, 40 Zentimeter genau an, muss er wegdrücken und gleich langsam. Sie sehen die Phase da rechts unten und jetzt kommt der Flug. Das Vorgehen nicht zu stark zurück. Jetzt wird er lang bleiben in der Kurve. Er schaut hinunter, er sieht da unten, die roten Tücher da, da hinein möchte er jetzt. Und, hm. Erster Platz für Andi Koljankowski. Die Sprungrichter, der Zweite, das ist Germany, das ist der Rudi Stäber aus Füssen. Und der Vierte, DDR, das ist der oberste. Und vier Uhr weggefahren. Und es war nicht zu sehen, wie der Wolfgang Steilz in der Vorbereitungsphase in einem Hotel sich kurz mit seinen Freunden unterhalten hat und ihm Glück gewünscht hat. Also, Wolfgang. Freit. Aber er zieht hin und da. Da warten wir schon lange. Steilz, hören Sie mich die Menge. Zweiter, Wolfgang Steilz ist Zweiter. Nehmenen Steilz, Steilz vor Hanson, Steilz vor Kalzow und ein anderer. Und da ist der Bohmel Vacek. Er war Zehnter und Zweiter, Dritter plus Zehnt in Zwölfter, Dreizehnter, also Weltcup-Punkte. Auf jeden Fall für den Wolfgang Steilz und den Andreas Bauer. Und das ist ja auch ein Weltcup-Spiel und die ersten fünfzehn bekommen Punkte. Vacek. Oh, ha! Und das freut ihn natürlich, das freut ihn natürlich, den Domil. Und sicher auch seinen Trainer, den Dalibor Motte, elekter, vor 15, 20 Jahren einer der Besten. Aber pass auf den Vacek auf. Vacek auf den zweiten Platz gesprungen, mit dieser Weite. Und nun, Weg hat Opas. 24-jährige aus Oslo. Da, die breite Skiführung, aber die Weite. Er ist nicht ganz zufrieden. Aber in der Weltcup-Rängen dabei, 100 und eineinhalb Meter. So, Weg hat Opas und gleich noch ein Norweger nahe. Jan Henrik. Jan Henrik. Ein schönes Springen bis jetzt. Großartiger Wettkampf. 103 Meter. Das Eigenartige ist, dass die Norweger, die klassische Skispringer-Nation, wo ja der Skispringer als Sportwegkampf überhaupt entstanden ist, vor gut 150 Jahren, dass die Norweger einen Trainer haben, der Slowene ist. Der Ludwig Seitz ist aktiver Springer gewesen, aus Gersenice, und er hat 1966 bei der Weltmeisterschaft ein junges Mädchen kennengelernt. Eine Norweger, er hat geheiratet, und ich bin seit fünf Jahren jetzt Trainer in Norwegen. Und das ist der Primoz Ulaga, der führende Weltkampf. Die Moschulaga hat ja das Springen in Oberstdorf ausgelassen, weil ein Vorjahr da letzter geworden ist, einen Sturz hatte, und hat in Garmisch schon hervorragend der Bauer Sechster. Der Platz für Vettori, und Steiers ist vor Vettori. Wer hätte das gedacht? Steiers, Acht, Sechster, Achterwetter. Wenn jetzt die beiden anderen vor ihm sind, ist er Achterwetter, Steiers. Und dann, langsam, Frohe Sternen, der hier in Innsbruck immer sehr gut gesprungen ist. Sie sehen es, 103 im Ersten, und noch einmal 103 im Zweiten, für Frohe Sternen. Sterner führt. Sterner führt. Mit 2,3 Punkten Vorsprung vor Nieminnen, dritter Matching-Train, und nur noch Jahre Pui-Konnen. So sehen wir uns die Wiederholung an, von Sternens Flug. Steiers, die sieben, der bisher, der wird mindestens acht, großartiges Resultat. Hier sehen Sie, hat er sich gestreckt gezogen, aber die Schie, die Flugkurve der Schie, hat er nicht gestört. Die Sprungrichter, etwa bei 17, fast gleich, 17, 17, 5, und da der letzte Sprenger. 110 Meter im Ersten, Jari Pui-Konnen. 26-Jähriger, lacht. Da, hat er das gesteuert. Oh, das war weiß, das war so ein bisschen Obstreck, ein bisschen anziehen, der Bein im letzten Moment, er hat sich freut. Ja, der hat gewonnen, der dürfte gewonnen haben, er ja einfach. 102 Meter, 100 Meter, sah wir.